Wenn man GeneSafe Rezession hat, mache ich einen Abgang home zu den Produzenten. Wenn er kein Geld mehr im Portemonnaie hat, geht er heim zu den Eltern. Mein Putztrupp ist ein total falscher Zug eingestiegen. Aber ihm seine Eltern haben ein bisschen den Anschluss verpasst. Der Falten schübt ein Rassel beim Laufen. Die Mutter ist auch nicht mehr die Jüngste. Und der Ötzi hat nicht mehr alle Stifte in der Fressliste. Der Vater hat nicht mehr alle Zähne im Mühl. Der Zuana stottert er noch beim Pissen. Der Zuana hat er noch Prostata-Probleme. Gut, 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 eines muss ich lallen. Dafür lassen Sie mein pervers geile Sissi-Filme hinterherziehen. Eines muss ich sagen, dafür darf ich ab und zu einen wunderbaren... ...Miggy-Maus-Film anschauen. Etwas möchte ich noch lallen. Die Kompostisten ziehen sich nur Kakainsau und Händel. Liebe Leute, eines will er Ihnen noch sagen. Immer seine Eltern hören sie immer nur den Schnee-Walzer. Hey Mann, in solchen Moments wirfe ein Frisbee in die Laserkanone. In solchen Moment legt er eine CD in den CD-Player. Und mache einen Gelversuch mit dem bleichten Ass. Und lasse Michael Jackson laufen. Ich muss wieder durch die Sacken pfeifen, ich erwarte noch einen wichtigen Trollen auf den Klingelbüchsen. Liebe Leute, haben wir es Gott sei Dank wieder gehen, weil er noch ein wichtiges Telefon erwartet. Hat er noch ein schönes Leichenmüllchen? Hat er noch einen schönen Gabbaret oben? Hat er Gesicht bei ihr gesehen? Das tut mir leid, das habe ich noch nie gehört. Bleib gesund! Frau Philipp!